Ja Leute, was geht ab? Euer Aufm Start und herzlich willkommen zu einer neuen Versuche nicht zu lachen Challenge in Minecraft, Freunde. Heute nochmal zusammen mit dein Crymex, was geht ab? Was geht ab, Leute? Habt ihr schon gesehen, dass bald mein zweites Buch erscheint? Wolltest du gerade Werbung machen in meinem Video? Ist doch okay, dass ich hier kurz Werbung mache, oder? Ach, du willst Werbung machen? Ja, deswegen bin ich doch hier. 20k dann, aber machen wir nach dem Video dann, ne? Ja, okay, okay. Ja, Freunde, checkt Max dein Buch ab und ich würde sagen, Spaß, was seid ihr? Lasst einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal wie jedes Mal und ich würde sagen, wir starten rein. Heute wirklich extreme, wirklich extreme Clips, Bro. Wer lacht, hat verloren, okay? Ja, wir machen das so. Ja, jetzt kurz ein Mikrofon mit deinem Gameboy aufgenommen, oder was machst du da? Ja, ha, 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 ha. Drei Leben haben wir? Wir machen drei Leben. Wir machen 100 Euro heute. Okay, okay. Ich glaube, so viel habe ich aber nicht mehr. Du weißt, bei mir läuft nicht mehr. Jetzt, pst. Okay, go. Wir waren im Mundo von Minecraft, wo wir Piedern und plötzlich ein Creepern kamen. Oh, no, okay. Bro, was? Hä? Es ist nicht los, ich habe wahr, es geht los. Und, du hast da drüber 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 drüber. Du hast gelacht gerade. Bro, ja, ich habe einmal gelacht, aber es ist zu random. Es macht gar keinen Sinn, was das für ein Clip ist. Warum ist der in diesem Video drin? Bro, man versteht doch nicht mal was. Aliens, Seuchen und ein Hauch von Cartoon taucht in die Welt von Idle Survivors Last Stand ein. Einem entspannten und spaßigen Idle RPG. Falls ihr das Game nämlich noch nicht kennt, das ist nicht nur irgendein weiteres Weltuntergangsszenario aus vielen anderen Spielen. Sondern, Freunde, ein Game, in dem ihr Ressourcen sammeln könnt, Helden übelst leicht aufleveln könnt. Und sie mit strategischen Kombinationen stärken könnt. Und das Geilste, sogar wenn ihr im AFK-Modus seid. Statt Zombies haben wir halt Aliens, die eine Seuche auf die Erde gebracht haben. Und genau gegen die müssen wir halt ankämpfen. Und das in einem richtig geilen 3D-Cartoon-Stil. Das Geile ist, es gibt super viele verschiedene Spielmodis, Minispiele, also generell super viel entspanntes Gameplay. Und das Besondere, Freunde, sogar wenn ihr nicht aktiv gerade spielt, sammelt Idle Survivors einfach weiter Ressourcen für euch. Eure Helden können sich weiterentwickeln. Generell, das Spiel läuft halt im Leerlaufmodus weiter. Und das ist der wahre Charme des Spiels. Und als kleiner Bonus, Freunde, Idle Survivors wurde einfach von Google Play und dem App Store sogar in über 130 Regionen empfohlen. Ihr könnt verschiedene Helden rekrutieren, ihr könnt sie mit verschiedenen Fahrzeugen dann jeweils in die Schlacht schicken. Ihr seht es ja auch gerade schon im Hintergrund, es gibt wirklich beeindruckende Fahrzeugsysteme, Freunde. Insgesamt 5 Fahrzeuge, 2 verschiedene Mecher-Skins für strategische Kämpfe. Also habt ihr quasi eure persönliche Garage mit erstaunlichen Fahrzeugoptionen. Neben dem Ganzen könnt ihr noch neue Helden rekrutieren, die auch stärker machen und und und, Freunde. Es gibt wirklich super, super viel zu entdecken. Also Real Talk, Freunde, falls ihr Bock habt auf ein richtig geiles Weltuntergangs-Game, dann checkt auf jeden Fall Idle Survivors Last Stand da, Freunde. Alle Links in der Videobeschreibung. Als Bonus über meinen Link bekommt ihr noch 1200 kostenlose Summons für alle neuen Spieler. Entweder über den Link oder über den QR-Code, der ja auch die ganze Zeit eingeblendet ist. Erkundet mal die ganze Welt von Idle Survivors Last Stand. Und wir sehen uns dann in-game oder jetzt beim Video weiter. Let's go. Estábamos en el mundo de Minecraft picando piedra y de repente aparecieron unos Creepers. ¡Oh no! ¡Un Creeper! ¡Eh! ¡Ajá, gottú! ¡Que ya sabéis que hay en irme en Minecraft! ¡Está bien! ¡Voy a hacer algo! ¡Alto! ¡Hero grande en foco! ¡Ataja! ¡Voy a la capi! ¡Hah! Ha! Was gucke ich mir hier gerade an? Geil, danke. War ein super Clip. Lasst dafür schon mal einen Daumen nach oben da. Weiter geht's. Bro, ich habe ein Leben gerade gewastet für gar nichts. Es war gar nicht lustig. Ja, es war echt null lustig. Minecraft in Real Life. Oh. Ja, da war Steve, ne? Ein paar Schneeballe geworfen. Ja. Auf die Amjass. So, weiter geht's. Wow. Wow, Junge. Okay, das ist krass gemacht. Das ist sogar echt gut gemacht, ja. Auf Cinean, warte ab. Warum klaut er auch den Villager seinen Luz? Kannst du mir Holz besorgen? Auf fünf Stunden kommt er wieder. Ist das genug? Bro, es wurde alles abgebaut. Das ist so Realtalk. Wir sollten eine Survival-Welt starten. Eine Woche später. Je, das ging das wieder falsch. Das war bei YouTuber-Insel, Junge. Guck mal, wir haben YouTuber-Insel damals echt angefangen. Einfach ein paar Freunde, die ein bisschen Spaß haben wollten. Nach zwei Wochen haben wir Häuser weggesprengt. Vor allem bei YouTuber-Insel, es war ja auch so, dass es überhaupt ernst war. Also Leute haben das ernst genommen. Es war wirklich teilweise Streit bei uns im Discord. so das war. Ja, ich wollte schon sagen, also ich wurde wirklich, teilweise wirklich mad, Digga. What are you doing? What are you doing? Ja? Bruder, so oft irgendjemand... Du hast gelacht, ich hab's gehört. Hallo? Das zählt nicht. Hä, ich hab gehört, dass du gelacht hast. Ja, okay, okay, okay. Bro, so oft. Immer, ne? Man geht in sein Lager, irgendwer ist da... Ja, und vor allem, das Ding ist, auch wenn Leute nichts nehmen, die gucken einfach in die Kisten rein. Die gucken einfach einfach mal so, was für alles hat der so. Aber mach ich auch immer, muss ich ehrlich zugeben, warte. What are you doing? Hm? What are you doing? Nothing. So good. Me? Just hanging around. Oh, Joel, you're making the nether portal. Yep. Do you want to do the honors? Uh, sure. I mean, I don't know why you can't do it yourself. Okay, go get... Oh, they're angry, they're angry. Oh, that was close. Dude, this view looks crazy with these shaders. Yeah, that would be a shame if you just fell off the cliff, broke your legs in 17 different places. Joel, what the fuck? Mit einem halben Herz an Eigen, Gulder, man. Ja, das ist schlau. Idiot! How are you gonna get me now? Okay, and I just spawned in. Excuse me, villager. Oh, I don't want to annoy that thing. Okay, but I can get some free iron. Okay, run, run, run. Oh, you can't get to me. Ja, da kam der irgendwie mal kurz nach oben, ne? It was Spider-Gon. Be quiet, be quiet. I will kill you now. I will kill you now! I will kill you now! I will kill you now! Boah, du hast schon wieder gelacht. Du hast schon wieder gelacht. Ja, okay. Okay, du hast das letzte Leben, ne? Wie viel hast du noch? Ich hab noch zwei. Ich hab noch zwei. Alter, ich hab noch zwei. Also, leg dich niemals mit jemandem an, der einen Hund in Minecraft hat, okay? Das war auch YouTuberin selber dein Hund am Anfang, Bro, jeder hat ihn geklaut. Nein, du sollst niemals mit einem anderen Hund anlegen. Never mess with someone's, oh. Oh ja, niemals mit dem Hund anlegen, okay, okay. Bro, mein Hund wurde immer gekillt, Alter. Ja, aber das weiß ich noch, aber okay, was soll denn jetzt passieren, der Hund greift den vielleicht an? Die, die! What the hell? Okay, Freunde, wenn deine Freunde euch endlich darüber... Zum Konvinzen kämpfen. Zum Konvinzen überreden. Wenn deine Freunde endlich konvinzen. Let's go. Wenn die euch überreden, mit einem Wizard zu kämpfen. Los! Boah! Alter! Franks, die zu weit gingen. Immer. Wenn man in der... Dinger, ich hab schon wieder dieses... gehört. Aber zählt nicht. Ist okay. Ey, das war ein Atmen. Ich weiß nicht mehr. Neue Minecraft-Welt gestartet. Immer dasselbe. Aber... Ich hab schon wieder ein bisschen Lust bekommen. Entschuldigung. Hä? War das da ein Lachen gerade? Nein, das war kein Lachen. Ich hab gehusnet, Bro. Aber warum macht der so... 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 Gott ist klar. Oh wa scientific... Ich hab noch Diamonds gefunden, Leute! Let's gooooo. J entries pour cap ST event? GERAL REAL RAF... IMMER. Real RAF... Imm-m-m-me. Es ist der... Unglück- Also er hat am meisten Pech von allen Spielern, Überhaut, Freunde. how looks like? whoah а?! Warum gu't der ihn auch an, hä?! borders of Klauson ja. Wahrscheinlich wird er vom Blitz getroffen. Bro, die Wahrscheinlichkeit ist bei 0,000 irgendwas Prozent. Okay, nächstes Video. Es hat auch nicht mal gewittert, gerade bei dem, hä? Aber Freunde, nächstes Video, das ist, warum ich nicht auf Minecraft-Servern spiele. Oh, let's go, I got the Dragon Egg. Let's go, guys. Das war am YouTuber-Insel auch so. Jeder wollte dieses verdammte Drachen. Ich höre es dir. Ist das so wrong? Der guckt nach oben, äh. Was? Ich sterbe. Okay, du hast auf jeden Fall auch noch ein Leben. Du hast gerade auch gelacht. Nein, hab ich gar nicht. Er hat Freude, ich schreib's in die Kommentare. Aber okay, dann hat jeder jetzt noch ein Leben. Minecraft-Secret. Okay, Badrock. Er zoomt ganz nah ran. Das wäre so ein krasses Easter Egg, wenn das echt so wäre. Safe, aber das ist Fake. Ja, ja, 100 Pro. Okay, dein IQ. Achso, man muss Pause drücken. Warte, mein IQ. Ja, okay. Digga, das war ich bei der Walls. Oha. Gäste, Charakter. Okay, das muss irgendein Minecraft... Ja, das kann ja nur Steve sein. Nein, das sieht aus wie dieser... Wie heißt der von Star Wars? Nee. Steve! Loil von... Okay. Who, one, the Nether? So, Redstone? Als ob irgendjemand Redstone schon 1800 gesagt hat. Bro, ist doch die größte Lüge. Digga, du bist so hart am Lachen die ganze Zeit. Ich höre... Bro, das ist einfach so dumm, Digga. Das ist einfach so dumm, auf einmal diese Lampe, die so mit Redstone... Digga. Digga, früher so in Hollys und so Türen gehabt mit Druckplatten. Digga, das ist so dumm, Alter. Geil. Und das ist ja bei der Wall wirklich so. 16 Bits ist ja, glaube ich... Man kann ja Texture Packs runterladen in verschiedenen Bits. Ja, okay. Geh mal schreien. Oha. Jaa. Ist einfach ein Real-Life-Bild. Jaa. Okay, ganz, ganz stark. Jaa. Jaa. Woah, wie wieder da versteckt, 23 Gaufen Geld. Vor fluores Superman. Hey, G Tesen 5. LoL. Hä? Wie krass. Agent Perry. Wa-haaaa. What is it refers to, Tam? What is it refers? Oh. Ich fand den gar nicht, dass du hier und du? Nee, ich auch nicht. Wenn du dein Zuhause verloren hast und nach zwei Stunden es nicht mehr wieder findest. Ey, das hatte auch jeder. Minecraft OG-Spieler hatte das irgendwann schon mal. Ihr geht farmen, kommt raus und denkt euch, Bruder, wo bin ich hier? Das ist zu hart. Deswegen immer F3-Pro. Macaroni. Real Talk, immer Koninat. With the Chicken Strips. Was macht der da mit dem armen Willis? Bang up, bang up. Bang up, serious? Do you got any more waters? Yeah, real funny. Doggity, do a flip, okay. Damn, I messed up. We gotta go bald. Oh, I see. Oh. Bro, diese Minecraft in Realistik-Videos ist eh so krass immer, ne? Aha. Guck mal, wenn Enderman echt super weird aussieht. Wow. Okay, irgendein Bild hat er da gerade gebaut. Verstecktes Portal. Achso, weil es in Lava steht, Bro, es ist so schlecht. Oha! Krass. Wolf? Ist denn Flammen aufgegangen? Nein, nein, nein! Glory, wie krass das gemacht bitte. Nicola hat es mir immer gut gemacht. OHEA!! Bro, die Zermin verfolgt mich mir leben lang. So schlecht. Oha. Das ist halt wirklich so. Man kann ja einen Enderman nicht mit einem Pfeil abschießen, ne? Ja, true, true. Digga, das geht gar nicht eigentlich. Geil. Verstehst du das? Es gibt ja Wassereimer mit diesem Pufferfisch drin. Und wenn du den trinkst, dann kriegst du ja Schaden. Deswegen die Katze, ja. Schade. Wusste ich gar nicht, dass man die trinken kann in Minecraft. Doch, doch, das geht. Ja, schade. Katze? Digga, immer diese random Clips einfach in Minecraft eingefügt. Press viel. Ja, press, um sonst die Hohonten zu bekommen. Ja, Zehner, Digga. Ey, so dumm. So dumm, Bro. Bro, das sind einfach Minecraft-S-Sounds und ich finde es witzig. Boah, das beste Gefühl. Wenn man drei Dias hat, endlich für eine Pickaxe. Let's go. Er wird doch safe jetzt sterben. Ja, Bro, irgendwas passiert immer dann. Einfach als wäre das so durch magische Hand. Die drückt einfach Kuh. Oh, Bro, das ist so schade. Oh, Bro, das ist so schade. Ey Levi, hab du schon gehört von Joe? Joe, was? Joe Mama. Das ist so schade. Das ist so dumm, Digga. So dumm, Digga. Ey Junge. Aha. Diamantenohr mit einer Steinpickex, Bro, das geht nicht! Aber Realtalk, das war ich halt auch schon, ne? Ist auch wirklich schon wieder jedem passiert. Okay, was macht er? Hm, Kramstein. Ja, Bro, der kommt immer irgendwo her. Keiner, was nicht von daherkommt. Safe, Digga. Immer. Die kommen immer wieder. Realtalk. Wenn du nichts mehr zu essen hast, im Ende. Ja, gut. Diese scheiß Früchte. Alice oohM homage II. Ääh. Ääh. Warte mal. Anh? Bei dem Raid. Tough time never lasts. Mahahaha! An tests. Tuff people lasts. Brarrarararararararararararararararhaars Dokus! edu. Stake it like! Ah! All I know is. Jaaa, okay! Eine Banane? Hä? Noch eine Banane? Und ein Chicken? Ein Minion? Bro, das wird ein Jumpscare, oder? Ganz viele Bananen. Ich glaub's... Irgendwie... Es sieht nach einem Jumpscare aus. Er guckt nicht nach hinten. Ja, ich wusste es! Ja, Freunde, ich würd sagen, das war's mit dem Video. Wenn's euch gefallen hat, lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Abonniert doch sehr gerne den Kanal, Freunde. Schaut auf jeden Fall noch bei Crymax vorbei. Und Kuss geht raus an D-King. Und auch an Viper. Hey, ja, Mann. Wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Haut rein und macht's gut, Freunde. Ciao! Ciao! Auf Wiedersehen! 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 Auf Wiedersehen!